jo leute was geht willkommen zurück zu ellenring wir sind weiterhin in dem mod convergent the convergence und heute geht es um diesen bild hier diese starter klasse die irgendwie was verrottendes hat ziemlich ziemlich geil wir haben wieder drei zauber ich sehe direkt das hier ist eine verzauberung auf die waffe bryas auf sinn weiß ich nicht buddy auf bryar passiert irgendwas mit dem körper auf jeden fall geht es krass um irgendwie verrottende sachen wir haben echo aizierte das ist cool damit habe ich ja auch schon mal hier und da ein run gemacht die kann man sich direkt am anfang holen und hier starte ich ein tun of thorns ok ok hier starten wir ich gucke mich hier jetzt mal ein bisschen um warte mal juni ja sind wir hier sind wir juni ja natürlich ok gucken wir uns wie immer erst mal das equipment an was haben wir hier staff auf bryar das klingt als wüsste ich nicht was es ist der sieht aus als würde ich ja nicht kennen ja es klärt mit intelligenz und akarn dann haben wir hier ganz an also kleidung habe ich noch nie gesehen safe ist das eine kleidung die ich nicht kennen wir wollen es natürlich angucken was sie was da steht der hut worden bei those accused greater crimes indicated by the color of sharpen branches ok kennt ihr die ich kenne die nicht sehr sehr nice und jetzt noch schnell die zauber body of pria was macht das cover your body and bloody thorns an iron sorcery used by those that have committed unspeakable acts when this spell is cast it causes bleed buildup upon you cover your body and bloody thorns increasing poise and physical absorption by 20% krass also causes roll dodges to deal damage to nearby enemies last for one minute so was würde zum beispiel niemals in einem in einem souls game stehen dass da steht last for one minute many followers of the blood star were shunned after they inadvertently caused the corruption of glimstone through their evil deeds only a few very thought out this fate by choice mhm das ist kenne ich nicht wenn sie spell is cast it causes bleed buildup upon you ok ripses right hander man bloody birds increasing ok und was das hier das kommt mir bekannt vor ja ja das kennen wir glaube ich ich glaube man kann es aber auch so ein bisschen immer am hintergrund sehen der hintergrund hier ist grau und der hat hier dieses der hat irgendwie so ein anderer hintergrund egal wir probieren das mal ein bisschen aus ich gucke mich hier mal ein bisschen um und falls irgendwas spannendes sehe dann seid ihr direkt wieder mit dabei ich habe hier jetzt mal den starken gegner hier gefunden und ich würde den voll gerne mal feiten ok da war die blutung da war noch eine blutung ok das ist natürlich eine krasse kombination echo als hier und dann mit mehr absorption das ist normalerweise ein richtig starker gegner hier also für die die es nicht wissen normal ist das hier kein zuckerschlecken das sieht man auch an dem schaden den er macht schade ich hatten fast ich bin jetzt mal ein bisschen durch leonja durch bis hier unten hin da wo ich mich ein bisschen besser auskennen hier zum händler und der verkauft einem dicker stoff der hat man doch hier nicht kaufen können oder vertue ich mir ich schreibst mir in die kommentare 호 in auf c der kommt mir aber nicht bekannt wo auch ich hab da mal eine frage an euch vielleicht habe ich gerade den denkfehler aber wenn ich in leonia starte habe ich dann irgendeine möglichkeit hier unten hinzukommen weil der die tür zu godrig ist zu und hier die abkürzung Da komme ich ja nicht zurück, also am Schloss vorbei. Da springt man runter, aber wie komme ich nach Kaylet und wie komme ich nach Windgrave? Wie komme ich hier unten hin? Ist es so, dass man dann, wenn man in Lyonia startet, Ranella und Raikard besiegen muss, um in die Hauptstadt zu kommen? Gilt Raikard als Halbgott und mit den Zweien kann man dann in die Hauptstadt? Da ich das noch nie gemacht habe, weiß ich das nicht. Also Ranella ist klar der eine, aber die haben keine Möglichkeit zu Godric zu kommen oder zu Radar. Also Ranella und Raikard, ist das dann der... So spielt man dann das Game, aber man muss doch irgendwie eine Möglichkeit haben, hier unten hinzukommen, oder? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren, ob ich irgendwie eine Möglichkeit habe, nach Limgrave oder Kaylet mich zu teleportieren oder da hinzukommen. Gehen wir zur nächsten Klasse. Den nächsten, den wir haben, startet genau hier bei Millicent. Und man kann sich schon denken, wieso? Ich habe Swarm of Flies und einen ganz komischen Talisman. Pestziel, den gibt es eine Milliarde Prozent nicht. Wir haben Swarm of Flies, kenne ich. Poison Orb und Poison Mist. Poison Orb? Den müssen wir ausprobieren. Faint, Rune, gucken wir mal, ob man da noch was anderes bekommt. Poison Armament, okay, man kann dann noch seine Waffe vergiften. Okay, das ist eine Klasse, die komplett auf Gift geht. Als Startwaffe haben wir den Rotten Rapier. Krass, direkt eine Blutungswaffe mit dazu. Und wieder eine Rüstung. Boots of Rod, Gloves of Rod, Coat of Rod und Put of Rod, die ich natürlich nicht kenne, die nicht im Spiel ist. Oh mein Gott, man startet direkt bei so einem Gegner. Bei zwei solchen Gegnern. Okay, vergiftet der irgendwann? Okay, der eine ist vergiftet. Sind beide vergiftet. Ich bin immer noch, ich finde es immer noch sehr geil, dass man Mana und Leben automatisch heilt. Mittlerweile finde ich es fast schade, dass man auf so extrem auf Zauber geht, immer am Anfang. Also jeder, den wir bisher hatten, der hatte irgendwelche Zauber. Okay, gucken wir uns mal die Waffe an. Jetzt kann die Waffe. Schön. Also der gibt es 640. Die Viecher. Allgemeine Information noch. Es gibt über 100 neue Zauber. Ihr hattet beim ersten Video gesehen, wie viele verschiedene Klassen es gibt. Wenn ihr es selber mal ausprobieren wollt. Der Mod ist weiterhin unten verlinkt. Und ich würde auch sagen, für die Klassen waren das jetzt so die interessantesten. Ich überlege, ob ich das irgendwann mal im Stream durchspiele und dann würde ich da nochmal ein Bestauf machen zu, was hat sich in der Welt alles geändert. Weil wir hatten ja im letzten Video auch gesehen, dass sich in Kaelid krass was geändert hatte. Was war da? So eigentlich gut. Ich weiß nämlich ganz genau, es gibt ganz viele neue Gebiete und neue Sachen, die reingekommen sind. Beziehungsweise die restored wurden aus dem Code. Und das würde mich natürlich auch extrem interessieren, was da alles mit dazu gekommen ist. So hier im Startgebiet fällt mir jetzt erstmal nichts auf. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne ein Like da lassen und ein Follow, falls ihr nichts verpassen wollt. Falls ihr sowas sehen wollt, wie solche Mods, dann lasst es mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Dann würde ich dazu mal ein extra Video machen. Es gibt da extrem viele geile Mods und es kommen jeden Tag neue Mods dazu. Wenn ihr allgemein was zu Mods zu Elden Ring sehen wollt, neue Mods und was da nicht alles gibt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Leute und haut rein.